Willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Reihe über die Partizipien. Heute reden wir über das Gerundiv oder, wie man es auch nennt, das modale Partizip. Während ihr die Begriffe Partizip 1 oder Partizip Präsens und Partizip 2 oder Partizip Perfekt sicher schon gehört habt, ist der Begriff Gerundiv weniger oft benutzt. Was ist ein Gerundiv eigentlich? Vielleicht kennt ihr solche Aussagen wie ein schwer zu lesendes Buch oder eine sofort zu erledigende Aufgabe Hier haben wir es mit Gerundivformen zu tun. Zu lesendes Buch Zu erledigende Aufgabe Wenn man ein Gerundiv bauen will, braucht man als erstes ein Partizip 1. In unserem Beispiel Lesend Wie ein Partizip 1 gebaut wird, seht ihr im ersten Video dieser Reihe. Vor dieses Partizip 1 setzt man das Wort zu Zu Lesend Und weil wir das Ganze als Adjektiv verwenden, brauchen wir natürlich auch eine Adjektivendung. Bei der Bildung des Gerundivs gibt es allerlei zu beachten, was die Getrennt- und Zusammenschreibung angeht. Bei einem einfachen Verb ohne Vorsilbe schreibt man die Konjunktion zu und das Partizip 1 getrennt. Bei einem Verb mit einer trennbaren Vorsilbe schreibt man das Zu zwischen die Vorsilbe und das Verb. Und Achtung! Wir schreiben alles zusammen. Ein schwer vorzulesendes Buch Hier können manchmal auch sehr komische Formen entstehen. Nehmen wir einmal das Verb zu machen. Ein trennbares Verb. Als Gerundiv hätten wir dann eine schwer zu zu machende Tür. Zum Beispiel zu zu machende. Das erste Zu ist die Vorsilbe. Dann kommt unsere Konjunktion, die Vorsilbe und Verb verbindet und das Partizip 1. Zu zu machende Tür. Schreiben wir die Verben mit den trennbaren Vorsilben noch zusammen, so schreibt man das Zu bei den untrennbaren Vorsilben vor das Verb und wieder getrennt. Ein schwer zu verkaufendes Auto. Zu verkaufendes Auto getrennt. Aber was bedeutet dieses Gerundiv nun genau? Die Bedeutung des Gerundivs ist oft passivisch. Wir können es also mit einem Passivsatz übersetzen. Und das Gerundiv ersetzt in der Regel das Modalverb können oder sollen und müssen. Nehmen wir zwei Beispiele. Ein schwer zu lesendes Buch ist ein Buch, das schwer gelesen werden kann. Passiv mit dem Modalverb können. Eine sofort zu lösende Aufgabe ist eine Aufgabe, die sofort gelöst werden muss. Passiv mit dem Modalverb müssen. Wer schon ein wenig fitter mit den Passiv- und Passiversatzformen ist, der weiß, dass man die Modalverben müssen und können auch oft durch Passiversatzformen ausdrücken kann. Nehmen wir noch einmal unser Beispiel mit dem schwer zu lesenden Buch. Ein schwer zu lesendes Buch. Wir wissen, wir können das als ein Passiv auflösen. ein Buch, das schwer gelesen werden kann. Für diese Form, das schwer gelesen werden kann, können wir auch Passiversatzformen verwenden. Zum Beispiel ein Buch, das sich schwer lesen lässt. oder ein Buch, das schwer lesbar ist. Und als dritte Form, die hier möglich ist. ein Buch, das schwer zu lesen ist. Die dritte Form zeigt am genauesten, dass sie aus dem Gerundiv kommt. Das war das Wichtigste über das Gerundiv. Mehr Informationen, wie man aus einem Gerundiv einen Relativsatz macht oder aus einem Relativsatz ein Gerundiv findet ihr in den Videos zu den Relativsätzen und Partizipialkonstruktionen. Vielen Dank, euer Norbert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.